Beim Betrieb von PixOff wird der größte Teil des Harzes in die Schublade aufgesammelt. Ein Teil des Harzes wird jedoch in der Bürste sitzen. Nach und nach, wenn PixOff benutzt wird, kann die Bürste deshalb mit Vorteil ausgewechselt werden, um eine gute Qualität der Ballreinigung aufrecht zu erhalten. Die Bürste wird durch Lösen der Schrauben in der rechten Seite der Maschine gewechselt. Wenn die Schrauben gelöst sind, wird der Beschlag entfernt und man erhält freie Sicht auf das Bürstenlager. Die Schrauben am Lager werden gelöst, wonach es möglich ist, die Bürste von der Welle zu entfernen. Die neue Bürste wird montiert und das Lager wird wieder verschraubt. Dies gilt auch für den Beschlag. PixOff ist nun wieder für die Ballreinigung bereit. PixOff ist nun wieder für die Schrauben der Schrauben der Schrauben der Schrauben der Schrauben der Schrauben. Aann Ende von der Schrauben der Schrauben bei einer Schrauben mit einem Ballrein gel sporting Vielen Dank.